Okay. Very, very... Was machst du denn, du kleine Sau? Geht's hier weiter? Ne. Arrrr. Wir müssen ja hier weitergehen. Aha. Wir müssen fast. Und, Uni. Das ist gut. Gut. Ah. Da ist noch mehr. Hey, kleines. Danke. Hm. Oh, der kleine Superspinnchen. Stoppionen-Spinne. Hm. Aua. Drecksviech. Ist er noch mehr? Ne? Ne, aber noch nicht. Aber ich nehme mal an. Das wären wohl nicht die Nächsten. So, was ist dein Name, Sweetie? Natalia. Oh. Wow. So, der hier, ihr Drecksviech, Alter. Oh, ich schlitze dich auf. Was? Noch mehr von denen? Ne. Das ist doch nicht gut. Aha. Hm. Ah. Noch ein paar. Ach. Die haben auf jeden Fall eine ziemlich üble Insektenplage. Meine Fresse. Aber es gibt ja in der Realität so welche ähnlichen Viecher, ne? Ich glaube, den Namen hatte ich mal auch in der letzten Folge mal als Titel genommen. Chemiespinne oder sowas. Hm. Geh durch das Gebäude. Das ist nie gut. Na, super. Haha. Ein Haus mit nichts drin. Hm. Das ist halt interessant. Ah. Du schon wieder. Oh ja, du. Ich mach den Kaufkörter, du kleine Scheiß-Dreck-Style. Okay. Weiter geht's. Hm, hm. Hm, hm. Rote Pflanze. Mal zur Abwechslung. Schlauengewehr-Munition. Sehr schön. Hm. Da ist nix. War es noch in der Richtung? Nein. Hm. Monster. Komm, 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 komm. Oh, da ist doch gar nix. Was labert die denn? Hm, 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 hm. 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 Ui, 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 ui. Die Monsters. Das war jetzt aber voll Zombie-like. Zumindest gab es ein paar Skelette. Ey. Ist ja noch einer. Storngewehr kriegt man hier voll viel. Okay. Nehmen wir das. Nee, 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 nee. Waren rote Pflanzen nicht verstärker? Für die grünen? Hm. Können wir noch nicht wechseln. Okay, da kann nix kommen. Also gucken wir mal in die Richtung. Okay. Scheint safe zu sein. Wupp. Da ist auch nix. Da auch nicht. Gut. Gut. Oh, oh. Hier bösen wir's. How do you know? I can just sort of see them. Hm. Super. Natalias Wahrnehmung und zeigen. Natalia hat die Fähigkeit, den Aufenthaltsort von Gegnern zu spüren. Indem sie mit linken Stick in die Hocke geht, kann sie die Reichweite ihrer Wahrnehmung erweitern. Befindet sich Natalia in der Hocke, kann sie sich lautlos bewegen, wodurch sie schwer von Gegnern gefunden wird. Natalia kann außerdem versteckte Objekte finden, indem sie linke Stick auf sie zeigt. Okay. In die Hocke. Alter Schwede. Zeig. Ah, okay. Ach. So. Ui. Ui. Okay, da drin ist auf jeden Fall noch ein Haufen. Mhm. Just let me handle this one. Objekte kombinieren. Objekte, die mit einem Plus markiert sind, können mit anderen Objekten kombiniert werden. Um Objekte zu kombinieren, will sie kombinieren im Objektbildschirm oder kombinieren sie mit Hilfe der kombinierten Bildschirms. Kombinierenden Bildschirms. Okay. Woop. Kombinieren. Woop. Diding. Ui. Ach. Jetzt gibt's mehr. Okay. Oh. Wie nett. Ist doch nur ein wenig. Aha. Wo. Das ist dann nochmal hier in Menge. Oh. Ah. Scheiße. Oh, Drecks. Meine Fresse. Hm. Sollen wir darauf schießen? Okay. Ein Emblem. Das wollte ich. Mal gucken. Ah, da. Da. Probieren. Aber die Muni kann ich auch gleich mit drüber nehmen. Ah, übergeben. Ah, übergeben. Zumindest eine. Ah, da ist noch eine Kiste, die er zertrümmern kann. Aha. Über uns sind auch noch welche. Da ist auch nochmal ein Objekt. Ah. Gute Pflanze. Sehr schön. Ah. Okay. Gut. Ah. Sehr schön. Wie viele habe ich jetzt wieder eine Pistole? Gut, dann nehme ich die erstmal wieder. Ich glaube, wir müssen sogar nach oben, ne? Hier ging es ja nicht weiter, oder? Na. Ah, das kann ja interessant werden. Ich glaube, es sind mindestens drei Gegner. Ja. Barrys Passage ist ein bisschen actionreicher. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Hm. Okay, da liegt was. Aber war ja noch mehr Gegner. Soweit ich gesehen habe. Hm. Hm. Stoff. Stoff. Hm. Okay. So, dass es auch immer gut ist. Hm. Okay. Au. Hey. Ah, du. Scheiße. Ich habe da noch. Volltreffer. Volltreffer. Hehehehehe. Du Dreckstviech, ey. Mist. Muss ich eine Highspray nehmen. War ich eben leicht abgelenkt. Kommt davon, wenn irgendjemand in den Raum reinkommt, wo man gerade aufnimmt. Oh, super. Oh, super. Die Sprünge von den Decken. Das ist natürlich nicht so schön. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Scheiße. Was gibt es hier noch Feindes? Ah, ein bisschen Muni. Muni ist nicht mehr fein. Oh, wir müssen uns noch den Raum sichern. Damit wir mit Natalia, glaube ich, heißt sie. Dass wir absuchen können hier. Natalia, Natalia, Natalia. Ah, wieder Muni gespart. Ah, äh. Mein Bester. Da kann ich bestimmt nicht drauf rein. Kiste aufnehmen, ablegen. Ach. Müssen wir die irgendwo hin, Arjan? Ah, ja, gut. Gehen wir erst mit Natalia erstmal ein bisschen gucken. Pistole? Aber der Typ lebt doch noch, oder? Wenn er, wenn sie, wenn er, blubb. Wenn sie ihn anzeigen, müsste er eigentlich noch einen durchleben. Der ist ja hier tot. Der hat ja nicht mehr diese, wie soll man das nennen? Nebelschwaden um sich? Hm, hm. Hm, war eigentlich ganz niedlich, die kleine. Nur ein hübscheres Kleid könnte sie anhaben. Wenn man schon in Apokalypse ist, dann sollte man schon ein bisschen stylisch reingehen. Ist immer meine Meinung dazu. Auf Kiste klettern. Okay. Ich kann sie auf die Kiste klettern. Hm, da ist nix. Hier sind ein Haufen Leichen. Von Barry produziert. Da ist auch nix. Ach. Albert Murray geht doch schneller. Na, scheint nix mehr zu sein. Okay. Ach, Quatsch. Hier. Übergeben. So. Das ist noch mal ne schöne Ladung. Ich glaube, wir kriegen auch bald mal ein paar Magnums. Das ist ja anscheinend nur ne ganz normale Pistole. Was ist denn das für eine? Was ist denn das für eine? Ja, ja, ja. Objekte kombinieren. Mir schon klar. Ach, dafür gibt es noch ein extra. Summoner Eagle, Barrys spezial anfertigte Pistole. Kann beliebig modifiziert werden. Oh, interessant. Barrys heißgeliebte, großkalibige Magnum. Sehr kraftvoll, aber Munition ist schwer aufzutreiben. Strongware mit erhöhter Feuerkraft, aber begrenzte Kapazität. Aha. Die hatte ich extra modifiziert. Ah, ist ja interessant. Warte, ich nehme mal an, da hochkommen wir wohl nicht. Ah, da. Huah, He-Man. Huah. Huah. Ich bury. Hartz. Fast wie Chuck Norris. Aber nur fast. Schaffst du das? Äh, schaff... Ja. Du kleine Drecksverfekte Hurenfäcker. Weil wenn was da aufsteht, wenn wir wieder zurückkommen. Wenn wir wieder zurückkommen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Da war die Kugel jetzt irgendwie Verschwendung, aber... Okay. Ich muss kurz gucken, ist hier noch was? Ich weiß, außer diesen... ...komisch riechenden Kerl da unten. Ich frag mich nur, ob sie sie erschnüffelt oder erspürt. Okay. Nächster Abschnitt. Oh, ein Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Schaltzentralen... Schlüssel. Oh, oh. Ja, und? Alter, Schwede. Lass mich warten. Der liegt genau davor. Aua. Ey, die kann echt den Stein verlieren? Oh, mein... Okay. Okay, Barry, Barry! Komm her! Dein lieber Großer. Das ist mehr Mama als ich. Warte mal, wenn den Stein... Können wir doch wieder aufnehmen, ne? Bing! Aha, okay. Okay. Probier. Hier braucht man einen Barry. Ah, okay. Jetzt sind wir genau da wieder... wo Clare und Mara waren. Interessant. Hm. So, meine Freunde, das war's leider schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!